Hallo, hier sind Caro und Gaby, zwei Lehrerinnen vom Zentrum für deutsche Sprache und Kultur. Hallo Gaby, was machst du denn da? Ich schreibe gerade in mein Lerntagebuch. Oh, davon habe ich schon viel gehört. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Gerne, gerne. Mein Lerntagebuch ist ein einfaches Notizbuch, wo ich mir meine Ziele fürs Lernen notiere, wo ich mir aufschreibe, was ich genau lernen möchte und wo ich mich am Ende selbst reflektiere, was hat gut geklappt und woran muss ich vielleicht noch arbeiten. Ah, Ziele. Darüber haben wir ja auch schon in unserem Podcast über Motivation gesprochen. Was genau notierst du dir denn da? Da schreibe ich mir auf, was so mein Ziel ist. Zum Beispiel, wenn ich eine Prüfung habe, dann schreibe ich mir auf, dass ich diese Prüfung gut bestehen möchte. Oder wenn ich in einem fremden Land Urlaub mache, dann schreibe ich mir auf, ich möchte mit der Rezeptionistin in ihrer Sprache sprechen und mich einfach gut dabei fühlen. Aha, und ich sehe, hier hast du geschrieben, bis Ende nächsten Monats. Das ist ganz wichtig, dass man sich einen zeitlichen Rahmen festsetzt. Und dabei muss man ja auch berücksichtigen, wie viele Ressourcen man in dieser Zeit zur Verfügung hat, sodass man realistisch plant und am Ende nicht enttäuscht ist. In unserem Podcast zum Thema Motivation sagen wir nämlich auch, dass realistische Ziele das Wichtigste sind. Ich kann alles in mein Lerntagebuch reinschreiben, aber wenn ich es dann am Ende nicht erfülle, weil es nicht realistisch war, bin ich nur frustriert. Und hier, Caro, siehst du zum Beispiel meinen Habit Tracker. Da kann ich mir aufschreiben, an welchen Tagen ich gelernt habe. Und manchmal schreibe ich mir auch auf, wie lange ich gelernt habe oder wie viel Zeit ich investiert habe. Ah ja, sowas ist ganz wichtig für die Motivation, oder? Denn dann kann ich ja sehen, wie oft ich etwas gemacht habe und das möchte ich ja weiterhin so machen. Ich möchte ja nicht dahinter zurückbleiben, sondern ich möchte meine gute Gewohnheit, die ich entwickelt habe, weiter pflegen. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsseite. Das ist meine To-Do-Liste und da schreibe ich auf, was ich Cooles machen möchte. Zum Beispiel möchte ich einen Film sehen in meiner Zielsprache. Oder ich möchte eine Brieffreundin kennenlernen, der ich dann eine coole Postkarte schreiben kann. Oder ich möchte ein Buch lesen oder es gibt so viele, viele Ideen, was Spaß macht und unsere Sprache verbessern kann. Du hast bestimmt auch noch ein paar coole Ideen, die ich dann in meine To-Do-Liste schreiben kann. Oh ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich das machen würde, würde ich da, glaube ich, noch schwierige Vokabeln reinschreiben, die ich mir nicht merken kann. Oder auch Vokabeln und Phrasen, die ich gern mal benutzen möchte. Denn nur durch Benutzen lernt man die Vokabeln ja letzten Endes. Ich glaube, ich würde darin in meinem Lerntagebuch auch Material sammeln, wie zum Beispiel Grammatiktabellen oder irgendwas Cooles, was ich gelesen habe. Zum Beispiel Werbung für einen Film, so Flyer oder kurze Geschichten und so etwas. Und hier ist etwas, das du aber nicht lesen darfst. Das ist nämlich mein Tagebuch in der Zielsprache und das ist nur für mich. Und als Unterrichtsprofi weißt du natürlich auch, was meine letzte Phase ist. Aber klar, als letztes kommt ja immer die Reflexion oder die Evaluation dessen, was man bisher gelernt hat oder vielleicht auch, was sehr gut geklappt hat in den letzten Wochen, Tagen, Monaten oder vielleicht am letzten Tag. Und auch, welche Ziele du schon erreicht hast und welche du noch erreichen möchtest, woran du noch arbeiten musst. Und am Ende hast du dann dein ganz persönliches Lerntagebuch, wo du einfach wahnsinnig gerne reinschaust. Das ist nur für dich, das ist sehr individuell und es macht einfach Spaß reinzuschauen. Es ist dein persönliches Schulbuch, dein persönliches Lerntagebuch und du hast einfach große Lust, es in die Hand zu nehmen. Und ich bin ganz sicher, wenn du jeden Tag in dein Lerntagebuch schreibst, kannst du eine ganze Menge erreichen. Und wie wir in unserem Prüfungsvorbereitungspodcast sagen, musst du dich am Ende selbst belohnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das dann auch zu seinem ganz persönlichen Kunstwerk machen kann, oder? Wenn man es schön verziert, vielleicht auch ein bisschen malt, wenn man das gerne macht oder Aufkleber da reinklebt oder so, dann macht es sicher noch mehr Spaß, da reinzuschauen. Also mir würde es definitiv noch mehr Spaß machen. Und wenn mir das immer noch nicht genug Belohnung ist, in mein schönes Lerntagebuch zu schauen, dann würde ich noch ein Eis essen gehen. Gut, und das machen wir jetzt auch. Okay, gehen wir. Ach ja, und wir hören uns aber nächsten Monat wieder in unserer neuen Folge mit Caro und... Gabi, zwei Lehrerinnen im Zentrum für deutsche Sprache und Kultur.